welches auto fährst du oder willst du nicht fahren nur ich verballern ich will auch ballern digga wer fährt gut was war los und die fahrern ist nicht so geil digga haben die alle einen schwachen finger oder warum schießen die direkt um auf uns die kamen von hinten angefahren und ich habe die versucht auszubremsen und die sagen wir hätten die gerammt und haben direkt auf uns geballert von hinten angefahren ich bin auf die andere spur gezogen damit die uns nicht überholen können ja weißt wie man das nennt sie aber frustriert ja sie durch masken auf verteilt durch auf die autos john frank ich auf jeden fall nein ich will bei frank auch dabei sein ich fahr nicht koko du fährst ok ich will auf jeden fall schießen du bist geistig du bist geistig wer ist das motoren was war da einer was war da einer da ist einer da ist einer schießt das ist aber border patrol nein das ist st aber wenn ihr da jetzt schon anrufen die drehen um ja jetzt ruhen sie gleich wieder durch die werden da ja ja direkt tausend mir egal wir ficken die jetzt wir wollen eh nicht das dicke auto wir wollen ja die wir wollen doch es die oder ja weil die einfach geschossen haben ne so oder so werden die durchfolgen wenn man auf die schießen irgendwo überrascht haben von die auch durch die hat natürlich ist sie die schießen die schießen die schießen die schießen Oh boah, da fliegt schon hinter uns Ich glaube, jetzt müssen wir weg Wir schießen auf uns, oder? Was ist hier denn nicht in Ordnung? Oh, den geht's ja noch wunderbar Lass sitzen bleiben Ich schieße hier weg, wenn die kommen, Digga Ist nur so scheißegal Auf jeden Fall fährt die Karre nicht mehr Aber wir kommen auch zu Fuß nicht weg, ne? Bleib hier sitzen, Digga Wir probieren's Nein, wir werden weggedingt Wo komm ich denn hin? Scheiße, ey Ich will hier von der Straße runter, Alter Ja, genau Sind die dumm? Sind die dumm? Ich stecke jetzt auf, was dachte Ich stecke jetzt auf, was dachte Ah Die fahren sogar noch Oh, den Söhne, Alter Wollen wir weg so lange, wenn wir noch die Chance haben? Kommen wir erstmal in die Berge ein Stück Ich bin voll im Arsch, Digga Ey, da hinten steht ein Bullenwagen Da kommt noch einer irgendwo Ein bisschen weg hier Ah Kommen wir runter Aha Inter discover Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Pfff! Wer war das? Pfff! Pfff! Ja? Hi! Bist doch von dem... Bist doch von dem Platz, ne? Hm... Oder? Thibaut? Ja? Ah... Warum? Was macht ihr gerade? Ich glaube beim Mimis Essen holen. Oh... Hier? Ja, ich könnte Hilfe gebrauchen. Okay, in die Flaren? Beziehungsweise eine Abholung. Wir haben gerade Krieg mit Esti gemacht. Mit wem? Mit dem Esti. Weil das Bastarde sind. Mit dem Esti. Okay, wo seid ihr denn? Ja, ich bin beim Baumarkt, wo man die Jungs sind, weiß ich nicht. Ich glaube, die sind entweder am Arsch... ...oder im Knast gleich. Okay, ja, wir brauchen gleich auch den Weg mehr Essen haben. Geht sofort los. Ehrenmann. Bis gleich. Ich bin am Baumarkt, ne? Okay. Jo, danke. Jo. Ehrenmann. Nur du oder mehr? Äh... Das war nur ich... Oh, nee, Digga. Noch mehr von euch hier, oder? Mm-mm. Die anderen sind irgendwo noch anders. Weiß ich nicht wo. Und hier einer von euch auf dem Bike? Das? Keine Ahnung. Joshua? Ja, ha-ha. Ach, du bist... Lul, das geht. Ja, nochmal. Lass mal hier weg, Digga. Wir sind Cops. Hier ist alles bei mir Cops. Abfahrt. Was hast du jetzt wieder gemacht, Mensch. Wir haben hier richtig weggeballert. Bäh. Und so mit Schießen, Piu Piu und so? Ja, Mann. Geil. Oh, ich werde angerufen. Ja, Willi vom Kiez. Ja, Digga. Ja? Kann ich in BFD fahren, ja? Ich fahr dich, Digga? Ich hab deine SMS gelesen. Ich kann lesen. Ich bin kein Leser-Szeniker. Mace Bank Arena. Unten drinne. Machen wir das gleich. Ja, ich freu noch vor mein Lager Arzneimittel. Ey, das haben wir alles, Digga. Ja, okay, dann bist du gleich. Dann komm ich gleich vorbei. Mace Bank? Ja. Okay. Das Stadion. Achso, da. Warte mal, Mace Bank oder Mace Arena? Mace Arena. Bis gleich. Ja. Ciao. Mace Arena. Uff. Später, ist nicht Autschis? Äh, geil. Ihr habt euch auch aufholen lassen. Hi. Ihr habt dir den Hände gefallen. Nice. Ey, den hättet ihr hochspalten können. Ey. Danke, Jungs. Ja, Mann. Ich war beim Baumarkt. Ja, ne, Mann. Danke, ne? Okay, danke. Was ist mit dem Neon? Bro, der ist kaputt, kaputt. Warst du im Neon? Ja, ich... Okay, also nur noch drei, Lev. Was sind mit den anderen drei, die mit dir waren? Coco ist mit Jerome entkommen. Ja? Soweit ich weiß, ja. Dann ist irgendein Mitch haben sie wahrscheinlich als einzigen Mitch. Mitch hab ich grad angerufen. Digga, haben wir die so weggeballert, dass die das nicht... Wir haben aber auch richtig reingeballert, ne? Das möchte ich auch mal kurz dazu sagen. Ich hab locker vier mitgenommen. Digga, ich hab auch... Ja, du hast alle getötet, Frank. Nein. Doch, doch, du hast vier getötet. Bist du auch sicher? Ach, scheiße. Wir lassen uns alle hier behandeln. Do, das wird vorhin!